Herz kam an auf, Bad News raus, Lieberein, glücklich sein. Herz kam an auf, Bad News raus, Lieberein, glücklich sein. So, ich bin auf der Suche nach den ultimativen Camping-Hucks, wie das so schön heißt. Also das heißt, die Dinge, die man unbedingt an Bord haben sollte. Wir haben ja nicht so viel Platz. Und jetzt bin ich hier in Halle 3. Das ist eine ganz neue Halle hier auf dem Caravan-Salon, wo sich vieles miteinander verbindet. Und jetzt bin ich auf Gemma Co. und das kenne ich ja nur als Multi-Level-Marketing. Und jetzt schaue ich mir das mal an. Was gibt es denn da, was wir unbedingt brauchen oder nicht brauchen? Was ist das denn hier Spannendes? Ja, das sind unsere berühmt-berüchtigten Fußmanteln. Die Fußmanteln sind absolut saustark und alles bleibt in der Matte dann drin. Somit tragen sie sich das nicht in den Caravan ein. Das ist super, weil ich bin ungefähr 15 Mal am Tag am Fägen. Vielleicht brauche ich dann meinen Besen gar nicht mehr so oft, ne? Nein, die brauchen wir tatsächlich nicht mehr oft. Kann ich das sauber machen? Ja, also der Vorteil bei diesen Fußmatten ist, ich nehme sie mal gerade runter. Sie können die so zusammen machen und in die Waschmaschine stecken. Bei 30 Grad können die gewaschen werden. Ja, super. Und ansonsten, wenn die jetzt nicht so stark verschnutzt sind, brauchen sie einfach nur vor den Caravan zu gehen und einfach mal diesen zu machen oder ein bisschen ausklopfen. Dann können sie sie wieder hinlegen. Und es gibt verschiedene Größen. Das heißt, ich sehe hier L 1,22 x 79. Das könnte ich ja fast schon als Teppich ins Reisemobil legen. Das ist richtig, das kannst du schon fast als Teppich in den Wohnwagen legen. Jetzt müsste der Teppich nur noch fliegen können. Dann würde ich mich jetzt nämlich irgendwo in den Sommer hinbeamen. Aber dafür haben wir ja unser Reisemobil. Schatzi, du weißt doch, in Kroatien, da war doch immer so ein SOP oder SUP und das wollte ich ja gerne haben. Und da haben wir immer gesehen, dass die meisten Leute sind stehend losgefahren und dann haben sie sich hingesetzt. Und da habe ich gesagt, nee, also ich glaube, ich will einen Kajak. Aber wie kriegen wir einen Kajak in unseren kleinen Garage auf dem Turbos? Etwas Faltbares oder so. Genau. Und das habe ich jetzt hier gesehen. Ich nenne das jetzt mal Kajak to go. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Ich bin gerade ganz überrascht, dass diese großen Kajaks anscheinend hier in diese Tasche reinpassen. Ja, genau. Erklären Sie das mal bitte. Ich kann Ihnen das gerne mal kurz zeigen. Ja. Wir haben hier das E-Leg, das liegt 9 Kilo und es ist in unter 2 Minuten aufgebaut. Was? Wie geil ist das denn? Wenige Handkörper, man faltet es einmal in die Länge auf. Dann hängt man einmal vorne die Fußstütze ein, setzt den unteren Spann unten in die Schienen ein, fixiert den oben mit einem Kettverschlussstreifen und schließt die Spitze. So, jetzt wird das hier verschlossen. Genau. Dann macht man weiter mit der Fußstütze. Die wird hier an den Gurten eingeklipst. Darüber kann man die dann auch später beim Einsteigen entsprechend einstellen. Ah, von der Größe her. Für die Größe her. Genau, dass man fest und mit dem Boden sitzt. Jetzt geht es weiter mit der Rückenlehne. Ach ja, natürlich. Ich möchte mich ja anlehnen. Hinten über diese Schraube in der Höhe verstellen. Einfach nur eingeklipst, mit den Gurten fixiert, dass man auch hier Einstellmöglichkeit hat, ob man lieber etwas gerader oder weiter zurückgelegt hat. Ah, da habe ich hier so eine Flexibilität und kann das so ein bisschen hier einstellen. Du lebst es dann auch entsprechend an, bis man bequem sitzt. Ist da eine Anleitung mit QR-Code oder so, dass wenn ich dann in Kroatien stehe und das nicht mehr weiß, was sie mir gerade erklärt haben? Sollten irgendwo Fragen beim Aufbau aufkommen, haben die Boote alle den QR-Code auf der Sitzfläche. Wie cool. Dass man da immer mal wieder online die Anleitung abrufen kann. Ja, das ist ja genial. Ein Sitzkissen noch für den Sitzkomfort und eine Querverschreibung hinten. Bis das Boot nicht auseinander geht. Jetzt kann man losfahren. Also ich brauche eigentlich nur die Tasche und da alles immer rein. Und das ist die Transporttasche und gleichzeitig ist es ja das Kajak. Genau, die Box ist das Kajak. Und hier steht sogar, selbst für Wanderer ist es ja nun wirklich nicht schwer. Ich kann es also, ich kann es im Flugzeug mitnehmen, im Auto, im Reisemobil. Es ist in fünf Minuten aufgebaut und 20 Pound heißt, das ist das Gewicht. Sind 9 Kilo. Sind ungefähr die 9 Kilo. Perfekt. Ja, super. Wie hoch ist denn meine Investition für mein Einer-Kajak? Beim Einer-Kajak fangen wir bei 890 Euro an. Super. Also kannst du ja mit einem SAP gut konkurrieren. Und das ist eine tolle Alternative. Genau. Ja, toll. Dann würde ich sagen, wir fahren mal los, ne? Ja. Ja, so, denk ich dir. Wir sind ja in diesem Jahr mit unserem Sohn gefahren im Reisemobil. Wir haben genügend Betten, aber es gab doch die eine oder andere Situation, wo der sehr heiß war zum Beispiel oder wo er gerne draußen geschlafen hätte. Und gerade auch für die Leute, die im Wohnwagen unterwegs sind und im Vorfeld dabei haben, da habe ich jetzt hier ein Etagenbett gefunden. Soll angeblich in fünf Minuten aufzubauen sein. Ich bin gespannt. So, hier ist dieses Bett. Leichte Montage, ganz ohne Werkzeug. Belastbar bis 227 Kilo. Sehr langlebig. Frag doch mal nach. Ich habe hier gerade dieses interessante Bett gesehen. Ja. Jetzt haben Sie hier überall stehen, das sei ganz leicht aufzubauen. Das sieht für mich nicht danach aus, wenn ich auf den ersten Blick. Ist das die Tasche hier? Das ist die Tasche hier zum Einzelbett. Aufgebaut wird das Ganze in circa fünf Minuten ohne Werkzeug. Ist alles nur gesteckt. Das Herzstück des Systems ist die Disc, daher auch der Name Disc-O-Bett. Ach so, ich dachte, das hätte was mit Disco zu tun. Nein. Dass ich dann nach der Disco mir mein Bett schnell aufbaue. Aber nein, es ist tatsächlich die Disc, mit der wir die Verbindung von der Längs zur Querseite haben. Und dadurch ist der Aufbau so einfach. Wenn ich das Etagenbett habe, kann ich hier über den Tag auch immer noch eine Sitzbank draus bauen. Aha. Wow. Ach, das ist jetzt hier, kann man das auch nochmal sehen. Das ist schwarz. Das ist unser größtes Modell, was wir haben. Da haben wir eine Liegefläche von 2,15 Meter auf einen Meter. Boah, das ist ja schon fast Jugendherberge hier. Exempelten komfortabel. Ja. Und belastbar bis 272 Kilo pro Liegefläche. Mein Gott, aber gibt es Menschen, die so viel wiegen? Ich weiß ja nicht, was sie da drauf packen. Das ist jetzt weniger, aber wenn wir die Sitzbank draus bauen. Ah, okay, dann ist das natürlich wichtig. Dann kommt man schon mal in die Richtung. Verstehe. Und was ich jetzt hier gerade entdecke, das gibt es für Kinder und auch für Hunde mit Schatten. Mit Sonnendach, genau. Mit Sonnendach. Mit Sonnendach. Und unser größtes, stabilstes, was wir hinten haben, beide Betten zusammen für 449 Kilo. Also ich kann mir vorstellen, jemand, wenn ich Camper bin, mit einem Wohnwagen vielleicht vorzelt und ich habe Kinder an Bord, ist das Etagenbett sicherlich hochinteressant, weil das kenne ich bisher nicht, dass es ein Etagenbett gibt für das Vorzelt. Sonst habe ich da zwei Betten stehen, muss immer umräumen und gleichzeitig kann ich es als Sofa benutzen. Schon toll. Ich habe also den Schlafraum auch tagsüber sinnvoll genutzt. Richtig, oder als Gästebett zu Hause. Genau. Perfekt. Und was haben wir hier? Eine Rückfallleuchte. Also wir haben einfach eine ideale Campinglampe, haben drei Stufen Leselicht, dann noch ein Notfalllicht, um in Notsituationen aufmerksam zu machen. Und das orangene Stimmungslicht hat noch eine weitere Funktion, es wehrt Stechmücken ab. Echt? Das ist eine Lichtfrequenz, die die Stechmücken nicht mögen. Aber ich dachte mal, dieses blaue Licht. Nein, das blaue Licht zieht sie eher an, deshalb haben diese ganzen bösen Vernichtungsgeräte. Die sind ja furchtbar. Die haben das blaue Licht, was die Mücken anzieht und das ist eine Frequenz, die sie nicht mögen. Es bringt keinen hundertprozentigen Schutz, aber es wird merklich weniger, so in ein, zwei Meter Umkreis. Zusätzlich haben wir noch eine Taschenlampe. Cool. Die doch ganz kräftig ist mit 200 Lumen. Meine Herren, wenn nicht immer, haben wir ein Handy, was dann in dem Moment nicht gerade mit das Akku leert. Und dann braucht das Dach die Oldschool. Auch das ist mit der Lampe kein Problem, weil wir können es auch als Powerbank nutzen und unser Handy damit wieder aufladen. Wenden Sie mal, jetzt machen Sie mir aber wirklich Angst. Sie sind kreativ, würde ich sagen. Also ich sehe schon. Ja, wir geben uns Mühe. Dann noch mit Magneten versehen. Was? Wahnsinn. Also kannst du auch zu Hause am Kühlschirm bringen, falls du dann Alarm hast, wenn die Mutter ausgegangen ist. So ist es. Mensch, das ist aber toll, dass ich Sie kennengelernt habe. Ja, freut mich auch. Vielen Dank. Ich bin ja leidenschaftliche Tee- und Kaffeetrinkerin, auch gerne während der Fahrt. Aber wir haben nur eine Ablagemöglichkeit, wo ein Campingbecher, ein To-Go, ein Kaffee-To-Go-Becher Platz hat. Also was tut man? Hm, man sucht nach einer Lösung. Wie ist das? Das ist ja super. So, also das ist ja genau das, was ich suche. Jetzt muss ich mal jemanden finden, der mir sagt, ob ich damit auch fahren kann oder ob das nur ein Stehbecher ist. Moment. Ich habe gerade diesen wahnsinnig, ehrlich gesagt, auch coolen, stylischen Becher gesehen. Und ich glaube, Sie haben für mich ein Problem gelöst. Ich brauche nämlich einen Kaffeebecher, der ja auch während der Fahrt auf meinem Armaturenbrett stehen kann und ich meinen Tee oder Kaffee trinken kann. Ist das sowas? Ja, da haben Sie genau den richtigen Becher gefunden. Oh, wie cool. Also unser neuer Kunststoffbecher, der To-Go-Cup. Ach, wie cool. Da können Sie hier problemlos, das ist fett. Also da hat die Rückseite eine Klebeschicht. Das können Sie unter Wasser abwaschen, eine halbe Stunde warten. Super. Und das an jeder Oberfläche anbringen, wo Sie möchten, in nahezu jeder Oberfläche. Und? Das ist auch auf dem Armaturen überhaupt kein Problem. Auch während der Fahrt? Auch während der Fahrt kann der Becher auch nicht mehr umfassen. Wie cool ist das denn? Ich sehe sogar, der steht hier sogar auf dem Kopf. Ja. Wie cool ist das denn? Ja, ich glaube, den brauche ich. Gibt es das in verschiedenen Farben hier, dieses Unterlegg oder ist das nur in weiß da? Also aktuell bieten wir diesen To-Go-Cup nur mit dem weißen Pad an. Also weiß in weiß. Ah, okay. Okay, ja gut. Dann habe ich mal einen weißen Klecks auf dem Armaturenbrett. Ist ja auch schön. Kann ich vielleicht noch bemalen? Jetzt muss ich noch mal was fragen. Das ist aber auch ein To-Go-Becher, oder? Was ist jetzt der Unterschied? Der To-Go-Becher ist aus Porzellan. Also der ist auch wirklich aus... Ah, okay. Ach, der ist richtig aus Porzellan. Genau. Oh, der ist auch schwer, ne? Ja. Nee, der ist mir zu schwer. Okay. Ah, okay. Und das ist jetzt eine ganz normale Kaffeetasse? Gerne. Auch aus Porzellan. Okay. Super. Nee, also das ist es. Ich möchte den gerne kaufen. Ja. Ja, gerne. Darf ich? Okay, dann nehmen wir den noch. Ist das der hier? Ja, genau. Super. Darf ich mir den so rausnehmen? Ja, klar. Gerne. Super. Für alle, die es interessiert, was kostet der? 19,95. Genau. Und kriege ich auch im Shop? Bei Ihnen online? Ja, auch im Shop erhältlich. Super. Super. Ja, wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Sie waren heute mein Problemlöser des Tages. Ja, das freut uns. Danke. Tschüss. Danke, ciao. So, dann nehme ich den noch einmal. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, was der Jürg zu meiner Tasse sagt. Hallo, bin ich wieder. Ich war ein bisschen Shopping für mich. Aber meinst du, Schatz? Ausbeute? Guck mal hier. Ganze Tüte voll. Tasche. Eine Tasche. Aber nee, da sind ganz viele Prospekte drin und alles Mögliche. Aber ich bin jetzt gleichberechtigt, Schatz. Endgültig bin ich gleichberechtigt. Das geht auch, Frau, du? Nein. Ich habe wahrscheinlich gewonnen. Aber guck mal, du hast doch immer hier diese Tasse, ne? So, eine, wir haben einen Platz für diese Tasse hier. Guck da. Da steht sie schon, ne, für die Abfahrt. Ich verstehe schon. Aber wo kommt meine Tasse hin? In der Hand. So, da ist sie. Die Gleichberechtigung für Frau Marquis. Ich habe jetzt wirklich alle Tassen nicht im Schrank, sondern an Bord. Oh, was ist das denn? Ja, das ist ganz wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Normale Tasse, würde ich mal sagen. Nix drin. Nein, das ist keine normale Tasse. Pass auf. Erstens mal ist die super. Ich finde, die sieht auch richtig schön aus. Also erstmal nur klar Deckel. Die Tasche können wir tauschen. Du kriegst mal eine. Nee, 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 nee. Hier steht auch alles erklärt. Ich weiß gar nicht genau, was da alles draufsteht. Warte mal, lass mal gucken. Und zerbrechlich. Das ist schon mal sehr gut für mich. Weil ich ja immer so ein Schussel bin. Wärmeisolierend. Dass da ein Deckel drauf ist, ist auch gut. Ein Griff. Und ja, und es ist stapelbar. Aber das ist nicht das. Gib mir meine Tasse sofort wieder. Das hier. Das ist ein Magnet. Den kannst du hier, kannst du es abziehen. Das machen wir dann ja immer. Und dann kann ich mir das überall hinkleben. Also ich könnte mir sogar die Tasse an Kopf, weiß ich nicht. Aber du kannst die wirklich überall hinkleben. Auf dem Messestand stand die sogar Kopf über. Das würde ich gerne mal testen, aber mit Wasser. Dann klebst du die sozusagen aufs Armaturenbrett. Und dann packst du die hier drauf. Und dann hält das. Während der Fahrt. Also auch nicht nur glatte Flächen, sondern... Doch, muss schon eine glatte Fläche sein, gehe ich mal von aus. Das ist ja gebogen. Das ist gebogen. Das werden wir jetzt gleich mal ausprobieren. Also ich würde sagen, heute ist Premiere. Wenn wir nachher zu unseren Freunden fahren, das werde ich mir dann mal eine schöne Kaffeetasse einschütten. Vielleicht... Man kann das gar nicht glauben, aber es funktioniert. Schau mal, weil... Und ich finde, die sieht auch echt gut aus. Ich habe schon gesagt, weiß ist natürlich ein bisschen empfindlicher vielleicht. Ja, sie können wir gerne tauschen. Nee, 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 nee. Aber man könnte doch... Guck mal, du bist doch Künstler. Du könntest die jetzt auch schön anmalen oder so. Oder noch... Nee, nee. Sieht schon sehr edel aus, ne? Ich finde, die passt zu einem Morello. Die passt zu einem Morello, Schatz. Ich sitze im falschen Auto. So, ich würde sagen, wir fahren mal los, ne? So langsam haben wir jetzt auch genug mit Messe. Okay, schön. So. Ich glaube, das ist meine Messeerrungenschaft mit der Matte und so. Guck hier. Siehst du, das hält schon. Siehst du, siehst du schon. Wenn das jetzt dann festgeklebt ist. Das ist geil, ne? Morello oder so Mieten, ne? Schatz. Hör mir das mal einfach. Ich würde das echt gerne mal wissen. Also jetzt ganz ernsthaft. Ist es wirklich ein Traummobil für uns? Oder was? Also wie fühlt man sich? Wird man da komisch angeguckt? Das hört man ja auch von Leuten. Können wir so reisen, wie wir uns das wünschen? Das wäre doch mal echt eine Challenge. Das wäre bestimmt auch für andere interessant. Weil man sagt immer, ah, ist ja kein Camping oder so. Vielleicht ist das auch nur eine Schutzbehauptung.